Die elfte Historie sagt, wie Eulenspiegel sich in Hildesheim bei einem Kaufmann als Koch und Stubenheizer verdiente und sich dort sehr schalkhaftig benahm. Rechts in der Straße, die in Hildesheim vom Heumarkt führte, wohnte ein reicher Kaufmann. Der ging einmal vor dem Tor spazieren und wollte in seinen Garten gehen. Unterwegs fand er Eulenspiegel auf einem grünen Acker liegen, grüßte und fragte ihn, was er für ein Handwerksgeselle sei und welche Geschäfte er triebe. Eulenspiegel antwortete ihm klüglich und mit heimlichem Schwott, er sei ein Küchenjunge und habe keinen Dienst. Da sprach der Kaufmann zu ihm, wenn du tüchtig sein willst, nehme ich dich selbst auf und gebe dir neue Kleider und einen guten Sollt. Denn ich habe eine Frau, die zankt alle Tage wegen des Kochens, deren Dank, meine ich wohl, zu verdienen. Eulenspiegel gelobte ihm große Treue und Redlichkeit. Darauf nahm ihn der Kaufmann in seinen Dienst und fragte ihn, wie er heiße. Herr, ich heiße Bartholomeus. Der Kaufmann sprach, das ist ein langer Name, man kann ihn nicht gut aussprechen, du sollst Doll heißen. Eulenspiegel sagte, ja, lieber Junker, es ist mir gleich, wie ich heiße. Wohl an, sprach der Kaufmann, du bist mir ein rechter Knecht. Komm her, komm her, geh mit mir in meinen Garten. Wir wollen Kräuter mit uns heimtragen und junge Hühner damit füllen, denn ich habe für den nächsten Sonntag Gäste eingeladen, denen wollte ich gerne etwas Gutes tun. Eulenspiegel ging mit ihm in den Garten und schnitt Rosmarin. Damit wollte er etliche Hühner auf welche Art füllen, die restlichen Hühner mit Zwiebeln, Eiern und anderen Kräutern. Dann gingen sie miteinander nach Hause. Als die Frau den seltsam gekleideten Gast sah, fragte sie ihren Mann, was das für ein Gesell sei, was er mit ihm tun wolle und ob er Sorgen habe, dass das Brot im Hause schimmlig werde. Der Kaufmann sagte, Frau, sei zufrieden, er soll dein eigener Knecht sein, denn er ist Koch. Die Frau sprach, ja, lieber Mann, wenn er gute Dinge kochen könnte. Sei zufrieden, sprach der Mann, morgen sollst du sehen, was er kann. Dann rief er Eulenspiegel. Doll, der antwortete. Junker, nimm einen Sack und gehe mit zu den Fleischbänken. Wir wollen Fleisch und einen Braten holen. Also folgte er ihm nach. Da kaufte sein Junker Fleisch und einen Braten und sprach zu ihm, Doll, setze den Braten morgen bald auf und lass ihn kühl und langsam braten, damit er nicht anbrennt. Das andere Fleisch setz auch bei Zeiten dazu, damit es zum Imbiss gesotten ist. Eulenspiegel sagte, ja, stand früh auf und setzte die Speise aufs Feuer. Den Braten aber steckte er an einen Spieß und legte ihn zwischen zwei Fässer Einbäcker Biers in den Keller, damit er kühl liege und nicht anbrenne. Da der Kaufmann den Stadtschreiber und andere gute Freunde zu Gast geladen hatte, kam er und wollte nachsehen, ob die Gäste schon gekommen und ob die Kost auch bereit sei. Und er fragte seinen neuen Knecht danach, der antwortete, Es ist alles bereit, außer dem Braten. Wo ist der Braten? sprach der Kaufmann. Er liegt im Keller zwischen zwei Fässern. Ich wusste im ganzen Haus keinen kälteren Ort, um ihn kühl zu lagen, wie ihr sagtet. Ist er denn fertig gebraten? fragte der Kaufmann. Nein, sprach Eulenspiegel. Ich wusste nicht, wann ihr ihn haben wolltet. Inzwischen kamen die Gäste. Denen erzählte der Kaufmann von seinem neuen Knecht und wie er den Braten in den Keller gelegt habe. Darüber lachten sie und hielten es für einen guten Scherz. Aber die Frau war um der Gäste willen nicht damit zufrieden und sagte dem Kaufmann, er solle den Knecht gehen lassen. Sie wolle ihn im Haus nicht länger leiden. Sie sähe, dass er ein Schalk sei. Der Kaufmann sprach, Liebe Frau, gib dich zufrieden. Ich brauche ihn für eine Reise nach der Stadt Goslar. Wenn ich wiederkomme, will ich ihn entlassen. Kaum konnte er die Frau dazu überreden, sich damit abzufinden. Als sie des Abends aßen und tranken und guter Dinge waren, da sprach der Kaufmann, Doll, richte den Wagen her und schmiere ihn. Wir wollen morgen nach Goslar fahren. Ein Pfaffe, Herr Heinrich Ammenstede, ist dort zu Hause und will mitfahren. Eulenspiegel sagte ja und fragte, was für eine Schmiere er nehmen solle. Der Kaufmann warf ihm einen Schilling zu und sprach, Geh und kauf Wagenschmiere und lass die Frau altes Fett dazu tun. Eulenspiegel tat also und als alle schliefen, beschmierte er den Wagen innen und außen und am allermeisten da, wo man zu sitzen pflegt. Des Morgens früh stand der Kaufmann mit dem Pfaffen auf und hieß, Eulenspiegel die Pferde anzuspannen. Das tat er. Sie saßen auf und fuhren ab. Da hob der Pfaffe an und sagte, Was beim Galgen ist hier so fettig? Ich will mich festhalten, dass der Wagen mich nicht so rührt und beschmiere mir die Hände überall. Sie hießen Eulenspiegel anhalten und sagten zu ihm, sie seien beide hinten und vorne beschmiert und wurden zornig über ihn. Währenddessen kam ein Bauer mit einem Fuder Stroh vorbei, der zum Markt fahren wollte. Dem kauften sie einige Bündel ab, wischten den Wagen aus und saßen wieder auf. Da sagte der Kaufmann zorn erfüllt zu Eulenspiegel, Du gottverlassener Schalk, daß dir nimmer Glück geschehe, fahr fort an den lichten Galgen. Das tat Eulenspiegel. Als er unter den Galgen kam, hielt er an und spannte die Pferde aus. Da sprach der Kaufmann zu ihm, Was willst du machen? Oder was meinst du damit, du Schalk? Eulenspiegel sagte, Ihr hießet mich unter den Galgen zu fahren. Da sind wir. Ich meinte, wir wollten hier rasten. Der Kaufmann sah aus dem Wagen. Sie hielten unter dem Galgen. Was sollten sie tun? Sie lachten über die Narretei und der Kaufmann sagte, Spann wieder an, du Schalk. Fahr geradeaus und sieh dich nicht um. Nun zog Eulenspiegel den Nagel aus dem Landwagen und als er eine Ackerlänge gefahren war, ging der Wagen auseinander. Das Hintergestell mit dem Verdeck blieb stehen und Eulenspiegel fuhr alleine weiter. Sie riefen ihm nach und liefen, dass ihnen die Zunge aus dem Halse hing, bis sie ihn einholten. Der Kaufmann wollte ihn totschlagen und der Pfaffe half ihm so gut er konnte.